Hier bin ich wieder. Hier sind wir NBA 2K 14 Demo. In den Spielen gibt es die Unterstützung von Jay Z. Sie haben einfach seine Lieder hier. Eigentlich nur unsere Mühe hier. So. Wir müssen mal Kamera feststellen. Wird eh nicht besser, wenn ich da rumdrehe. Irgendwer schief, fliegt gar in Ahnung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. ausprobiert kurz und das ist ziemlich schwer, finde ich. Das will jetzt sozusagen mein zweites Spiel sein. Oklahoma gegen Miami. Feuerwehr Miami, dann gehe ich wieder. Fängt ja gut an. Sehr gut. Komm, James O. Jones. Das war's. 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 Man. Das tut ständig. Das war es doch mal. Uhhh, Fieber Uhhh, Fieber Hä, wie zu früh. Ich dachte, man geht damit runter. Oh, nicht dummer was. Was macht dieser Fisch da? Der ganze Spiel wird anders. Na! Der hat der Seil keine so schocken. Der hat der Seil keine so schocken. Der hat die Sofische an und nicht die Abagn Mosch. Boom. Boom. Das machte, ne? Mann! Schaut kurz 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 kurz. Votoh. Ich verliere sogar hier als vorher. ich bin doch alle am Arsch hier Vielen Dank. Vielen Dank. So kann man verkappen. Hat eigentlich Spaß gemacht. Wenn ich ein bisschen was zu beherrschen würde, das ist natürlich geil. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao.